Jetzt hat. Sorry. War ein Paket gewesen. Alter. Super, super Timing. Super, super Timing, würde ich sagen. Da kommt noch diese komische hier. Komm doch, die eine hier und hat mich auch noch angeschossen oder was. Also Nenner, hör mal. Boah, unbedingt bessere Ausdauer. Okay, das war gut gewesen. Alter, finde ich, war das die Herde gewesen. Waren das alle? Oh, die Pizza riecht so gut. Oh. Ich glaube, Jensemann ist nicht mehr da. Satan. Glaube ich. Ich glaube, hier sind es noch welche drin, aber ich glaube, die sind... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Was, was ich hier haben? Ich weiß nicht, was ich hier bin. Wenn ich hier bin... Ich hab das Video doch jetzt nicht alle mit der Granate erwischt Molotovs können wir keinen mehr herstellen Alter Finne Ne Die krieg ich niemals so platt Also ich zieh die Einzelnen raus Krass Wie Wirklich Wie schwer es ist Vor allem ist er noch eine kleine Horde Wie schwer es ist Die platt zu kriegen Die platt zu kriegen Weil so ist es eigentlich gerade echt Ist eigentlich unmöglich Würde ich jetzt Also jetzt aktuell in meiner Situation Das ist unmöglich Würde ich fast sagen Alles klar Christian Danke dir Und ich hab ihn schon Ich hab ihn schon Ich hab ihn schon Ich hab ihn schon Rein theoretisch, wenn ich jetzt Munition auffangen gehe und ich gehe wieder zurück Die respawnen ja nicht so schnell wieder So, Munition Dann passt es, weil dann kann ich Rein theoretisch zurückdüßen und wieder versuchen Ein paar platz zu machen Tanken, ich bin doch vollgeladen Vollgetankt Ist ja fast vollgetankt Hier war gerade schon Gerade schon drauf geachtet Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh nie! 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 Vielen Dank. Okay, Pizza ist fertig. Okay, wir können wieder einen Molotov herstellen. Sehr schön. Ja, hast recht. Dann sind wir, äh, äh, Satan. Oh! 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 Oh, oh! 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 Ah! ist durch was mich in ruhe was mich in ruhe das haben wir schon mal ich hoffe die da drin sind jetzt so halbwegs zumindest weg vom fenster das wäre echt super vergiss es doch fast dass es jetzt gewesen ist ja bämm ooooh gg gg alter finne ey danke fürs schieben dankeschön ach das war eine silber doch viel was gibt es gibt bronze silber und gold glaube ich ne und platin will ich mich nicht irre oder ne ich hab nix gemacht satan das ist was ist das für ein geräusch ich weiß nix ein mikro rekorder noch ein nero injektor gut oh sehr schön äh ich hab mal diesmal ausdauer rein boah ich fühl mich schon viel stärker sehr gut dann hab ich die erledigt nice geil meine erste meine erste horde so ich will mal ganz kurz in mir die pizza reinhauen leute und ähm doch bin dann auf jeden fall aber auch gleich wieder für euch für euch da kommen wir kurz pizza rein und dann sehen wir uns in ein paar müdechen wieder danke euch bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis